Und so mein Willkommen zurück zu den Let's Shows von NES. Heute mit... Äh, da waren wir schon, äh... Tecmo Bowie, da waren wir stehen, genau. Erschienen 1989, die Leihzahl könnt ihr alleine oder zu zweit spielen. Auf Basis des klassischen Arcade-Spiels bringt dich Tecmo Bowie in spannende American Football Matches. Du führst eines von zwölf Teams und versuchst, das Ganze nach oben zu bringen. Du misst dich mit einem menschlichen Gegner oder dem Computer im Action- oder Couching-Modus. Du pflanzt deine Spiele wie ein Profi und hinterlässt deine Spuren auf dem Spielfeld. Dabei musst du jeden Pass, Block, Spur und jedes Tackling kontrollieren. Okay, let's go, starten wir direkt rein. Tecmo Bowl. Oh. Warte, wir können unsere Dings jetzt aussuchen. Unsere Mannschaft. Hm. Nehmen wir New York. Und unsere Gegner sind Minnesota. Woche 1. Woche 1. Okay, bin ich jetzt mit dem Laufe ich ja hier, okay. Ah, lauf weg. Ah, über die Linie. Das war der Fehler. Warte, ich will auch nicht rüber laufen. Ah, haut ab. Ja, lauf, Basti. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh, schade. Okay. Rennen. Rennen 2. Passen. Ah. Puh. Ey. Good goal. Das ist doch gar keiner. Hä, was? Wie, 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 als ob ich wüsste, wie das geht. Ich verstehe die Steuerung gerade nicht. Pass 1, Pass 2, nach unten. A. Rechts A. Oben A. Lenken. Links, okay. Wer hat den Ball? Wir laufen alle einzeln. Festung. Hm. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Hey. Ready, down. Hup, hup, hup. Böse. Ratschlau. Okay. Alles klar. 0 zu 6. 1. Ratschlau. Hm, naja. Schon noch viel zu nach einmal. Ja, komm. einfach nur laufen auch mehr ich kann nicht abpassen irgendwie konnte nur laufen ja jetzt können wir hier etwas auswählen aber ich weiß nicht was ich habe jetzt von unten und wo ist der ball? ich sehe den ball gar nicht was ist das? wo ist der? ich sehe nichts leute ich bin am ende ich kann das mal enden so jetzt mache ich mal fein um und dann A ok schade ich bin auf jeden fall gerade gelaufen aber ab die greifen viel zu schnell an ey da kann man gar nicht mit her alter sehr interessantes spiel ich laufe zurück ich kann ja nicht mal ab was hier passen ey ok jetzt schmeißt er weg aber da ist kein Mitspieler von mir wo ist der? ich weiß doch gar nicht mal wo der ball ist der ist so komisch ja so hartfarben ähnlich der hat den ich glaube die farbe des spielers ändert sich irgendwie weil der da oben hat den ja der da oben hat den aber ich komme nicht hinterher lauf einer von mir ja komm ok sehr interessant ich kann mir jetzt so eine strategie aussuchen ja mit dem ich jetzt in die nächste runde gehe ja touch down yo sehr schön bei diesen ganzen sport spielen da habe ich irgendwie immer verkackt tennis raceball ice hockey und weiter ja warum mal hier vorne alter denn zack ich will wieder direkt einen Punkt wir werden da rein und kriegen einen Punkt jetzt ok kick off das ist meine Chance hier wenigstens vielleicht einmal zu schaffen ein bisschen strategisch nein ah schade warte ich gehe noch kurz zurück Lauf! 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 Nein! Nein! Ah das geht es nicht! Wie weit war ich denn entfernt? Ich war gerade bei der Mittellinie Ah das ist gut Auf jeden Fall sehr witzig Lauf! 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 Ich hab Zeug! Ähm, wir müssen uns schon was aussuchen Lauf! 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 Ok, machen wir noch kurz weiter Wie lange lag das denn noch? 55 Sekunden, ne? Soh, sonst sind wir hier nur bei 3 Minuten gleich W- Ready, down! W- 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 Okay. Gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Von dem Spiel will ich keinen Freund mehr. Ja, schade. Komm! Jetzt! Wie krieg ich denn jetzt mal den Ball? Ist ja auch schon wieder weg. Seit 2013 bin ich jetzt hier. Müssen wir noch weiter nach vorne laufen. Weiß bin runtergelaufen. Ah, hat mich bekommen, Alter. Das ist ekelhaft. Ich weiß nicht. Ist da Ball? Ich kann so was werden, aber da hinten stehen natürlich Spieler. Ja! Boxt ihn! Oh, das war natürlich geil jetzt mal. aser- Beklemmen! Ah, nein. Jetzt ist da hinten natürlich keiner und ich kann natürlich nun nicht weiter laufen. Ja, das denke der Fall von erneuerselbeiseite, das bin ich. Okay. Interessante Sache. 0 zu 20 Führen die Gegner. Und da kann immer diese Szene direkt, ne? Ich weiß nicht warum, aber okay. Ist eine Neuung. Ich kenn mich jetzt nicht so aus hier. Kick auf. So, die letzten fünf Sekunden des Spiels beginnen. Ich halte jetzt rum. Könnt ihr noch was machen, aber ich muss... Jetzt ist es bei der Mitte. Das Spielfeld. Ist nicht schlecht. Lauf, was die... Lauf! Gerade. Ah! Ah! Ja, wie viele? Meine Spieler kommen gar nicht hinterher, ey. Leute, blockt sie mal bitte. Da könnte ich noch wenigstens ein paar Pünktchen machen. Nein, nein! Ah, du scheiß Ding, Alter. Okay, dann eben nicht, Alter. Geh kacken. Ehrlich, ey. Halbzeit. Ja, cool. Interessiert mich jetzt nicht. Aber das Halbzeit ist es auch nicht. Für mich heißt es schon wieder. Feierabend für heute. Hat... Ja, okay. Es hat etwas Spaß gemacht. Aber nicht wirklich für mich. Beim nächsten Mal geht es hier weiter mit Ninja Gaiden. Oder so ähnlich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Sagen wir nicht mehr, aber sie bleibt. Fett im Chat. Und tschau. Und jetzt sieht es auch schon gut. Auf Wiedersehen. Anstatt. Dschau. 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 Bis zum nächsten Mal.